Dieser Bär hält sich offenbar für einen Panda. Einen Kung-Fu-Panda. Die Besucher eines Naturreservats in Alaska staunen nicht schlecht. Denn dieser Schwarzbär hat ungeahnte Talente. Wie ein Martial-Arts-Kämpfer wirbelt er einen großen Ast umher. Links, rechts, auf der Schulter abrollen lassen. Dieser Bär hat den Dreh raus. Die Zuschauer sind begeistert. Und der Bär? Der ist mittlerweile ein kleiner Internetstar. Er wird als Jungtier von seiner Mutter getrennt, lebt seitdem geschützt im Naturreservat. Und präsentiert den Besuchern gerne seine Kampfkünste.